Natürlich werden wir da schauen, vielleicht Stars zu finden. Ob die dann realisierbar sind, wird sich zeigen. Aber natürlich werden wir auch Wege finden, gute Spieler wie Mathis Tell, das ist für mich ein herausragendes Beispiel zu finden, die über eine Entwicklung, Thomas hat ja im Interview gesagt, Entwicklung bei Bayern München ist schwierig oder er sagte vielleicht sogar nicht möglich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Es muss möglich sein, Bayern München erfolgreich zu führen, zu Titeln zu bringen und trotzdem eine Entwicklung gestalten zu lassen. Und ich glaube, Christoph in seiner Tätigkeit bei Salzburg hat das herausragend bewiesen. Ich glaube, ich hatte auch den einen oder anderen ganz guten Spieler, den man gefunden hat, der dann irgendwo nach einem halben Jahr dann ein Topstar war. Und ich glaube, dass es eben Bayern vielleicht auf einem Stück weit höhere Niveau als bei den Vereinen, wo ich vorher tätig war, wird das aber auch möglich sein, diese, sie sprachen von jungen Spielern, vielleicht etwas unerfahrenen Spielern, auch diese zu Bayern München zu bringen und sie dahin zu entwickeln, wo dann eben Topstars waren. Also muss ich sagen, es ist gut, ich glaube, es ist gut, dass ich für sie auch ganz gerne selber, was ich noch gar nicht meine Freunde gelungen haben. Und es ist gut, ich glaube, es ist gut, dass ich euch das in dem Handeln ge demanding, was ich itse, was ich schon nicht gewill for mich. Vielen Dank.